Hier sind wieder Joe und Andi von EnjoyMagic. Willkommen zu EnjoyMagic Review. Heute haben wir vom Magic Shop Coffee Cup von Mariano Gonchi. Was ist das so ein Nye? Also ein Nye. Demnächst in unserer Lecture zum Thema Fremdsprachen lernen. Ja, was bekommt ihr? Andi, untersuch doch mal bitte die schönste Close-Up-Matte, die ihr je gesehen habt, bekommt ihr. Und eine schöne Espresso-Tasse. Kannst du auch mal reinwerfen. Passiert nichts, oder? Oder sonst irgendwas? Nee, alles gut. Ja, wir könnten ein bisschen drüber reden. Es sieht halt ein bisschen komisch, verdächtig aus, muss ich sagen. Ein bisschen? Ja, aber wenn alles, was ich machen kann, ist den hier und beispielsweise verschwindet einer der Bälle. Wir können den auch wegpacken. Ja, rede einfach ein bisschen drüber, Andi. Ja, ich bin so geflasht, ich kann gar nicht drüber reden. Es überzeugt mich auf ganzer Linie nicht. Ja. Gut, ja, ihr habt eine, was soll ich, ist das eine Job Cup-Routine oder ist das keine Job Cup-Routine? Es ist so eine halbe Job Cup-Routine. Es ist so eine halbe Job-Routine. Und okay, wo fang ich an? Mich stört allein schon die Mathe. Also, wer will mit sowas auftreten? Ich verrate es euch, niemand ist das. Man könnte seine eigene umbauen. Bin ich ehrlich. Ja, okay. Könnte man umbauen. Warum ist dann das Ding dabei und das Produkt ein bisschen günstiger und gleich, nee, geh ich nicht mit, weil das ist halt schon wieder so ganz schlimm. Außerdem macht das für mich das Setting überhaupt keinen Sinn. Kommt ihr mit der Matte an den Tisch und... Ja, hast du dir die Performance nicht angehört? Es gibt eine Live-Performance, es gibt eine Live-Performance. Das ist schon mal ganz cool, ja. Und er kommt tatsächlich mit der Matte an den Platz und legt es entsprechend hin. Der Fairness halber, es ist eine Art Job Cup-Möglichkeit, obwohl ihr alles vorher untersuchen könnt. Dann gib mir mal die Tasse her. Ich... Was ist die Tasse? Die Tasse. Ich finde die Idee ja ganz cool, mit so einer Espressotasse hier so eine Routine zu machen. Die Tasse ist auch, soweit ich das weiß, nicht gegimmigt, ne? Nee. Das ist der Vorteil. Also, ihr könnt jetzt auch eine Tasse ausleihen und das damit machen. Aber ich fände es dann irgendwie cooler umgesetzt, wenn es Gimmick tatsächlich die Tasse wäre, als wenn es Gimmick... Ja, aber das ist ja gerade der Vorteil, dass du sagen kannst, du gibst es heraus und sowas. Die Matte ist halt einfach deine Unterlage und aufgrund dessen, wie die Matte halt beschaffen ist oder beziehungsweise was damit gemacht wurde, jetzt auch nicht irgendwie professionell eingenäht, bin ich ehrlich. Also deswegen kann man das mit jeder anderen Matte auch bearbeiten. Ja, ihr kriegt auf jeden Fall alles, was ihr für die Routine braucht. Die Routine ist, also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, also natürlich habe ich es richtig gesehen, die erschüttert halt eben der schmeißt zwei in den Becher rein, zwei von den Bällen und es kommen drei raus oder ditscht einen weg und es sind trotzdem immer noch welche drin. Es ist eine Live-Performance da, das ist aber von... Ja, so von... Ja, von wie ist es denn? Von... Von At The Table Lecture? Mag sein. Ja. Live-Performance, ich habe die... Ich weiß nicht, ich habe nur das ganze Tutorial geguckt. Nee, es gibt auch eine Live-Performance. Aber... Ja, es ist halt... Es hüpft halt immer wieder raus. Oh, mein Mikro hilft auch ein bisschen. Alles, alles gut. Auf jeden Fall, was sind das für Boppels? Also diese roten Dinger, das ist halt... Das sind halt Bällchen halt. Bällchen, ja, aber keine schönen und irgendwie ist einfach... Die Idee ist cool, aber die Umsetzung ist miserabel. Das ist... Nee. Routine gibt auch nicht so sonderlich viel her. Nee, weil... Das hätte man so schön machen können. Die Idee ist ja geil, so eine Coffee-Espresso-Cup-Routine zu machen, aber dann bitte mit schönen Bällchen oder mit... Kaffeebohnen. Kaffeebohnen. Irgendwas, was kreativ ist. Und dann diese Effekte, diese Routinen, diese Tricks mit schönen Kaffeebohnen und einer schönen Espressotasse oder einer Unterlage, irgendwie einem Kaffeeuntersetzer, irgendwas, was thematisch Sinn macht. Technisch gesehen, man kann sich das holen und man hätte eigentlich alles dabei, um es dann für sich umzubauen, weil man sagt, hey, ich mag die Routine, ich mag die Idee, das mit einer Kaffeetasse zu machen, ich baue mir das jetzt dann entsprechend um. Das kann man ja machen. Und dann ist es ja wieder was Eigenes. Ich meine, das kann ein Kritikpunkt sein, aber für den, der sagt, er möchte gerne mit einer Kaffeeroutine zaubern, mit einer Espressotasse, ist zwei Stunden Arbeit oder eine Stunde und er könnte es entsprechend umbauen. Genau, wobei ich sagen muss, habe ich hier voll recht, gehe ich komplett mit, aber für komplett umbauen, den Preis verlangen, dann baut es... Ne, muss er nicht, es wird ja auch nicht erwähnt, aber wenn du sagst, hey, du würdest gerne mit einer Kaffeetasse, kannst du das alles, was da drin ist, verwenden, um es entsprechend umzubauen. Dazu finde ich es aber dann viel zu teuer. Ich sage es auch genau, aber wenn du es machen möchtest... Du hast recht, du hast recht, aber Preis-Leistung stimmt hier einfach meines Erachtens überhaupt nicht. Ja, ich sehe auch, er performt es auch still, also er sagt nichts dazu, er performt es zu Musik. Er wird auch nicht auf die Musikauswahl eingegangen, was halt ein bisschen blöd ist. Ne, also ich gehe da gar nicht mit. Ich finde, das ist schon fast ein bisschen dreist für sowas Schlechtes, also sei es die Produktion von den Tutorials, sei es... Nicht mal die Schachtel ist schön. Okay, das ist kein Kritikpunkt. Nicht mal das, die findest du schön? Nicht, ich sage nicht mal die Schachtel ist schön. Wie bei Gimino damals, nein, aber das ist kein Kritikpunkt, nicht falsch verstehen. Und das, was dabei ist, ist einfach den Preis nicht wert. Man erwartet, wenn man so viel Geld ausgibt, finde ich schon, was cool ist und das bekommt man einfach nicht und das finde ich ein bisschen... Wir werden sagen, aber der Trailer ist ehrlich, das, was ihr im Trailer seht, könnt ihr machen. Ja, das ist richtig, aber das verbessert nicht das Produkt, weil was ehrlich ist, auch ehrlich nicht gut. Na gut, aber wem der Trailer nicht gefällt, der wird es sich auch nicht holen. Hoffentlich. Wer den Trailer sieht und sagt, hey, das passt in mein Programm, macht keinen Fehler. Wer es umbauen möchte, die Zeit auf ihr hört und sagt, ich möchte die Routine, aber es wäre schöner mit etwas anderem, könnte es umbauen. Er wird, wenn jemand gerne seine Matte verwenden möchte, könnte man es umbauen, weil man sagt, okay, ich möchte die Routine machen mit meiner Matte, würde gehen, aber ich verstehe deine Kritikpunkte. Ja, schaut euch den Trailer dreimal an und ich würde euch nicht raten, das zu kaufen. Investiert das in einen Tag mit eurem besten Zauberkollegen, setzt euch hin, nehmt eine Espressotasse, nehmt Zauberutensilie und bastelt euch eine eigene Routine aus einer eigenen Close-Up-Matte, ist die beste Reinvestition als dieser Artikel, wenn ihr das machen wollt. Ganz ehrlich, weil ich finde das nicht gut umgesetzt. Sollen wir es bewerten? Ich gebe dem Ganzen 3,5 Punkte. Ich finde, es hat halt eben die Fehler, weil die Boppel schauen echt nicht gut aus. Auch der Gegimmickte schaut, also man sieht, dass der anders ist. Also es ist jetzt auch was, ähm, es ist eher was für eine Close-Up-Show, wo die Leute nicht zu nah dran sind, ähm, die Matte ist auch Drecks verarbeitet, also wirklich. Wenn ihr mit dem Zeug in einer Close-Up-Show ankommt, ne, ich kürze das ab, von mir gibt's einen Punkt, weil ja, es funktioniert und bekommt das, was im Trailer ist, aber das ist the one point, den ich vergebe. Okay. Ja, für wen ist das geeignet? Für niemanden, wenn ihr mich fragt. Ich finde es auch tatsächlich, also wenn jemand wirklich sagt, okay, ey, ich möchte mal ein bisschen eine andere Job-Cup-Routine machen und ey, ich würde, also ich sehe die Kaffeetasse da in meiner Show. Schluss damit, ihr braucht das nicht kaufen, der Mehrwert steckt schon im Trailer. Ihr habt die Idee, die kriegt ihr im Trailer und in dem Artikel bekommt ihr nichts außer eine schlechte Umsetzung. Wenn ihr es eigen umsetzt, habt ihr es besser. So, einfach mal so als Verlangen. Und ja, das war's von Coffee Cup von Mariano Gonchi. Als Nix-Produkt, Andi, haben wir die Amaze-Wands. Joe, let's perform this. This is crazy. Nimm mal. Tada. Wow, was? Tada. Was? Ihr wollt doch einen Kicker-Effekt und ihr wollt noch einen Kicker-Effekt. Jawohl, oder? Und ja, ihr habt einen schwarzen Zauberstab, der natürlich nur für euch funktioniert, Andi, nimm mal bitte. Achso. Nimm mal. Ich wollte den Effekt, Mann. Versieht das öfters? Bei Zauberstäben ständig, ja. Tja. Ja, ihr kennt das. Das ist ein Klassiker. Ja. Für Kinder. Ich erinnere mich noch damals, wo ich in meinem Heimatort bei einem Zauberer mit vorgerufen wurde. Und ja, er hat für mich das performt. Ich weiß, dass ich als Kind halt eben dann entsprechend echt so dieses, äh, was habe ich hier jetzt? Und er hat es immer weiter gemacht. Ihr könnt da halt echt einen Mega-Gag draus machen. Es sind noch ein paar Ideen dabei, was ihr damit machen könnt. Oh mein Gott, habe ich gerade die Methode revealed? Ja, ich denke, es geht. Ich habe halt echt die Methode revealed. Das ist Premiere, das erste Mal, dass wir in der Review einen Artikel wirklich erklären. Ja. Also ich habe es extra noch runter am Tisch gemacht. Aber gut, Andi natürlich nicht. Aber egal. Ja, das ist das, was ihr machen könnt. Es ist ein Gag. Es ist meiner Meinung nach ein guter Gag für Kindershows. Äh, ja, wie gesagt, Zauberstäbe gibt nicht. Also das ist das, was ihr mitnehmen müsst. Ist nicht viel, offensichtlich. Und ja, ja, aber mit Sicherheit ein paar Lacher mehr. Jetzt kommt der Goal an dem Produkt. Ich finde es nämlich wirklich gut. Ich mache keine Kinderzauberei. Aber was ich sehr schön finde, es ist nicht nur hier sind bunte Zauberstäbe, sondern es sind so viele geile Gedanken dabei. Ich weiß nicht, wie heißt der Creator nochmal? Äh, Ames und Danny Orleans. Ja, das ist ja eh der Kinderzauberkönig, ne? Und er hat so viele schöne Ideen, Gags dabei. Ich glaube sogar zwei, drei sogar für eine Erwachsenen-Show. Muss zum Stil passen, natürlich. Aber es sind so viele Sachen dabei. Wie zum Beispiel, dass man Mikrofone richtig hinzaubert. Beide Mangen. Und ja, und das finde ich super. Auch hochwertig produziert. Und es geht los bei der Qualität von dem Ding. Bis zu den Videos hält es durch. Also ein wirkliches Pro-Kinderzauberprodukt. Die einzigen beiden Mankos, die ich geben würde, ist, ich würde die Enten verkleben. Weil die schon zweimal weggeflogen sind. Also, wie gesagt, könnt ihr wieder draufstecken. Und der letzte Zauberstab, der schwarze in den grünen, ist meiner Meinung nach zu eng bemessen. Also, du kriegst wirklich diesen Luftwiderstand, weil der Kolben quasi zu genau einpasst. Das heißt also, beim Rausziehen gibt es tatsächlich ein bisschen Probleme mit so Rückzug. Ja, das stimmt. Aber ansonsten ist es, es ist aber trotzdem ohne Probleme zu performen. Auf jeden Fall. Von der Technik her. Und ja, es ist für die Sparte gut umgesetzt. Keine Frage. Ich glaube, da gibt es viel schlechtere, so die Zauberstäbe. Ihr habt diesen Gag am Ende mit, dass der Zauberstab halt einfach umklappt. Der ist mit dabei. Auch einwandfrei, ohne Probleme, machbar. Ja, viel kann man dazu nicht sagen. Das, was ihr gesehen habt, ist das, was ihr bekommt. Und da sind natürlich noch ein paar mehr Routinen, wo ein kleines Kind halt eben hier den Zauberstab, da den Zauberstab. Das sehe ich sofort in der Kindershow funktionieren. Halt mal hier, halt mal da. Und es sind immer mehr. Ich gebe dem Ganzen, also ich würde gleich zur Bewertung kommen, ich gebe dem Ganzen acht Punkte. Ich finde für den, der es nutzen möchte, sofort für mich jetzt halt eben, ich mache keine Kindershows, aber wenn ich es machen würde, wäre das mit Sicherheit mit dabei. Für mich gibt es 7,5 Punkte. Ich finde es auch grandios umgesetzt und ich möchte nochmal die geilen Ideen, die dabei sind, betonen, weil davon lebt das ganze Produkt auf jeden Fall. Und für Kinderzauberer, wenn ihr das sucht, dann, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ja, das war es mit Amaze Wands. Und das war es dann auch schon wieder mit der Anja Magic Review für diese Woche. Heute mit Coffee Cup und mit Amaze Wands. Danke an Magic Shop für die Bereitstellung der Produkte. Wenn es euch interessiert, unten in der Beschreibung würde der Show helfen. Ich werde nie, dass ich das mal sage. Kauft euch das Kinderprodukt. Und ja, in diesem Sinne, bleibt magisch.